Die Welt hofft und bangt mit Prinzessin Kate. Nach wochenlangen Spekulationen über den wahren Grund für ihre Bauch-OP im Januar, wandte sich die Ehefrau von Prinz William am 22. März 2024 mit einer bewegenden Videobotschaft an die Menschen. Darin offenbarte Kate, dass sie an Krebs erkrankt ist und sich nun einer präventiven Chemotherapie unterziehen muss. Die Diagnose sei für sie und ihre Familie, verständlicherweise, ein großer Schock gewesen, und nicht nur für sie. Menschen weltweit zeigten sich tief betroffen von Kates Krebsdiagnose. Immerhin hatte die 42-Jährige in den Wochen zuvor viel Spott und Kritik, unter anderem für ein bearbeitetes Familienfoto, einstecken müssen. Nun meldete sich Prinzessin Kate erstmals wieder bei den Menschen zurück, um sich für die vielen Genesungswünsche mit einer Dankeskarte zu bedanken. Die 42-Jährige schreibt, vielen Dank für die guten Wünsche an ihre königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales. Wir wissen die aufmerksame Geste sehr zu schätzen. Laut Experten bricht die Prinzessin mit dieser Dankeskarte mit einer royalen Tradition, denn, in der Regel verschicken die Royals nur selten Karten an das Volk, beispielsweise an Geburtstagen oder an Weihnachten. Ein Wermutstropfen bleibt allerdings, denn während die Royals solche Karten sonst oftmals auch noch mit einem Foto versehen, verzichtete die 42-Jährige auf ein Bild. Dementsprechend ist unklar, wann sich Prinzessin Kate das nächste Mal in der Öffentlichkeit zeigen wird. Laut Bild vermuten Experten allerdings, dass dies erst im Spätsommer oder im Herbst passieren könnte.